Nach Nadine Menz, heiratet nun auch GZSZ Bestie Arona? Zitrona Özkan, 24, jetzt nach? Im vergangenen Jahr heiratete ihre ehemalige GZSZ-Kollegin Nadine Menz, 28. Nach drei Jahren Beziehung gab sie ihrem Schatz Sascha Bigalke, 28, heimlich das Ja-Wort. Ist jetzt auch auf den Geschmack gekommen? Schließlich sind sie und ihr Freund bereits seit 2010 zusammen. Nun verriet sie Promiflas in einem Interview, ob bei ihr auch bald die Hochzeitsglocken läuten werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017